Ich lerne Deutsch. Nummer 14.880 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Machst du mir bitte einen Tee? Vielleicht werde ich dann meine Erkältung schneller los. Sven malt zum ersten Mal mit Aquarellfarben. Er muss noch etwas üben. Sven malt zum ersten Mal mit Aquarellfarben. Er muss noch etwas üben. Sven malt zum ersten Mal mit Aquarellfarben. Er muss noch etwas üben. Ich erhoffe mir von der neuen Strategie bessere Ergebnisse. Danach werde ich den Fortschritt genau beobachten. Ich erhoffe mir von der neuen Strategie bessere Ergebnisse. Danach werde ich den Fortschritt genau beobachten. Hier ist unser unschlagbares Angebot für Deutsch Lernende. Texte, Bilder und eine einfache Struktur. Hier ist unser unschlagbares Angebot für Deutsch Lernende. Texte, Bilder und eine einfache Struktur. Meine Meinung kann sich noch ändern, wenn ich mehr Fakten aus zuverlässiger Quelle habe. Meine Meinung kann sich noch ändern, wenn ich mehr Fakten aus zuverlässiger Quelle habe. Lars trägt einen Ehering an einer goldenen Kette um den Hals. Lars trägt einen Ehering an einer goldenen Kette um den Hals. Recycling schützt das Klima. Je besser der Abfall sortiert wird, desto mehr kann er wiederverwertet werden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Ich bekomme die Faust für Deutsch. Das简直 ist hier.